Der rennt weg! Bleib still! So, warte. Alter. Der mag dich nicht. Ich hab's Buch! Ich hab das in Necronomicon! Hey ho Leute und herzlich willkommen zu Minecraft, die Gefährten mit Tempstar! Hallo! Und wir haben hier ein Zwergendorf entdeckt oder eine Zwergenbasis und da haben wir richtig ausgeräumt, wie ihr seht hier, ich hab 6 Deer-Harnische, 4 Deer-Helme, 2 Deer-Schwerter, dann Emeralds und alles mögliche und das ist, würde ich mal sagen, krank. Ähm, wo bist du hin? Ja. Ich bin bei dir. Ich geh jetzt nach oben und dann, ähm, was ich mir vorgenommen habe, jetzt so ein bisschen, äh, mich mit Necromantie irgendwie schlau zu machen, da hat ja der Endersplit LP was richtig tolles geschrieben. Und an die Anleitung würde ich mich gerne mal so ein bisschen halten, ne? Hey. So. Ähm, aber zuerst, alter, hier, die, die hohen Berge, da müssen wir auch irgendwann mal reinklotzen. Da hinten sind noch Dungeons, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon hier sind, schauen wir da noch vorbei. Auf jeden. Und hier spawnt immer, immer mehr Zeug. Deswegen, ähm. Nimmst du deinen Chocobo nicht mit? Was? Ne. Die kommen mal später ja wieder vorbei. Die sind voll die Behinderung. Es ist so, sorry. Ja, es ist eine coole Idee, aber es läuft nicht so richtig, das Gefühl. Das ist Mongos. Die schießen. Wow. So. Hey, hier sind Lapislazulim-Glöcke für dich. Wow. Ja, lass sie mir, ich will sie abbauen. So. Aua. Wow. Die Spawner müssen abgebaut werden. Warte mal. Wow, spinnst du? Das ist ein Ra. Alter. Wenn du einen Ra-Mob brauchst, brauchst du mal eine Hilfe? Ne, ich hab ihn gekillt. Der hat ein Eisenschwert fallen lassen. Oh. Doch so gut. Wow. Jupp. Hier ist ein Emerald-Ton. Ein Medaillon. So, was lass ich jetzt da? Das da. Alter. Alter. Die haben ja was an der Waffel hier. Die spawnen ja unendlich. Wow. Ja. Fuck. Ich weiß nämlich nicht, wo von den Bogenschützen da, äh, wow. Ra-Mob. Zack. Ja, ich hab, ich hab auch noch einen Ra-Mob im Blick. Wow. Alter. Wenn du den Haus, dann kriegst, machst du dir, glaub ich, selbst Schaden. Irgendwie sowas. Wow. Alter, der explodiert einfach. Das geht doch nicht. Okay, das ist doof. Ich halt mich da jetzt fern. Ich hab jetzt nämlich gerade was anderes entdeckt. Ein bisschen, ein bisschen weiter. Und da guck ich jetzt rein. Ey, ey, ich glaub, ich hab ein Village-Dorf entdeckt im Schnee. Echt? Ja. Ich stell mir hier einen Kuchen an. Wow. Alter. Alter, der... Wow, Goblins. Wo kommt denn der Goblin her? Ah. Alter. Hier ist ein Goblin-Dorf. Direkt nebendran. Also ein kleines Goblin-Lager. Okay. Fuck. Wow. Okay. Die haben's drauf. Ich schnapp mir da nur das Eisen. Und warte. Äh... Äh... Warte. Warte. Ach, das brauch ich nicht. Das nenn ich mit. So. Da hab ich wenigstens was zu essen. Ähm... Ich versuch mal so ein bisschen in deine Richtung zu laufen jetzt. Jaja. Ich bin nicht allzu weit weg. Oh, ich hab schon viele neue Sachen wieder hier entdeckt. Und... Ähm... Wo bist du? Warte, ich versuch dich zu finden. Ich lauf jetzt zurück zu den zwei Festen. Richtungen. Okay. Ich renne da so um die Ecke ein bisschen. Äh... Da hinten nicht, seh dich. Ja. Komm her. Wo ist komm her? Also hier. Lass mal in diese Richtung laufen. Okay. Wupp. Äh... Einfach merken, wo die Jokobos waren. Ich hab hier nämlich ein neues Dorf entdeckt. Mhm. Und Schneedörfer gibt's eigentlich nicht wirklich in Minecraft. Deswegen will ich da jetzt kurz reinklotzen. Ich glaub, es ist fast sogar ne Stadt. Ne. Im Dorf. Wir belassen's bei einem Dorf. Oh, ein blauer Ritter. Oh, was bist du denn für einer? Oh ja. Das sind noch mehr. Kobold Knight Hacker. Wow. Die greifen hier an. Die greifen hier an. Die haben eine ziemlich dicke Rüstung. Jo, das ist mir auch gerade aufgefallen. Alter. Jo, der eine ist weg. Der eine ist weg. Wir haben ein komplettes Rüstungsset droppen lassen. Oh. Ja. Da ist so ein Necromant. Wieder. Ich hab so viel Zeug. Warte mal. Kann ich mit dir handeln? Verdammt. Nein. Fick dich. Mir fehlen sechs Emeralds. Oh. Äh, ich hab noch einen. Ja, dann fehlen, äh, ich mein, mir fehlen noch, äh, dann zwei, wenn du noch einen hast. Fuck, man. Ähm, lass den einsperren. Der hier, der darf nicht entkommen. Auf gar keinen Fall. Okay. Weil ich mir dieses, äh, mit Necromantie kaufen will, äh, bauen will, keine Ahnung. Und der Typ, der soll einfach nicht abhauen, deswegen baue ich mir da jetzt, äh, was. Dass der da drin bleibt. Äh, der darf um keinen Preis hier weg. Thomas, wo ist er? Ja, hier ist er noch drin. Der ist hier noch drin, gut. Nein, verbaut. So, dann machen wir hier hin. Und. Hier. Und dann baue ich da noch eins hin, wenn wir rausgehen. Hast du Kisten schon geguckt? Ich find nichts. Das sind die Körperteile. Da kannst du dir Lakaien machen. Und das will ich unbedingt machen. Ich werde mir hier wieder ein Waypoint setzen. Und es ist wieder an eurer Zeit, äh, dieses Dorf hier zu benennen. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr dieses Dorf am liebsten nennen würdet. Und, ja, das letzte Dorf, wie wir das benannt haben, war in der Folge vom Tamstar. Yay. Und, ja, jetzt nenne ich das Dorf X. So, und die Markerfarbe mach ich so blau. Gut. Wunderbar. Ah! Verdammt, Thomas, du hast wieder ein... Ne, der ist in den Brunnen gefallen. Blum! Hey, komm, wir spielen mit den Blums. Du bist in den Brunnen gefallen. Wie tief denn? So tief, dass du nicht mehr rauskommst. Wer soll ich denn? Oh. Komm, wir gehen in die Wüste. In die Wüste. Ja. Ähm, wollen wir jetzt nicht... Ich will zurück die Emeralds holen. Mhm. Ich will dahin wieder zurück. Wir müssen ins gelbe Dorf. Nach Frohlin. Oh Gott. Also, da geh ich hin. Du kannst ja, wenn du möchtest, in der Wüste vorbeischauen. Äh, nee, ich muss aber auch nochmal zurück. Fällt mir da auf. Boah, ein blauer Creeper, mein Hando. Alter, guck dir mal die Spinne an. Wo? Hier. Wart auf mich, ich will nicht. Alter, was ist das für eine Spinne? Hast du die gesehen? Jupp. Die war selten. Die war selten? Da kommt der blaue Creeper. Jo, nice. Pfiou. 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 Und da ist ein Zyklops. Der macht hier Randale. Der ist tot. Alter, was... Was ist das? Das ist sein Auge. Hoffel. Haben wir eigentlich Rüstungsständer? Können wir sowas herstellen? Äh, ich glaube, können wir ja. Warte mal. Ähm, da gehst du jetzt auf... Ja, da hab ich's ja nicht gefunden. Du gibst als Suche ein Amor Stand, heißt es, glaube ich. Ja, Amor Stand. Ja. Und der wird gecraftet mit zwei Eisen- und Steinstufen. Das geht. Das kriegen wir hin. Das machen wir. Da können wir nämlich die ganzen Rüstungen dann draufstellen. Wollen wir das in unserem Heimatdorf machen, oder wo? Das machen wir, wenn wir mal eine dicke Villa haben, einfach. Scheiße, ey. Ich bin so langsam. Ja, auch. Äh, Zeitlupe. Das ist scheiße mit der Rüstung, dass man dann so langsam ist. Aber wir sind gleich da. Das ist die perfekte Abkürzung. Echt? Alter. Schlaf gleich ein. Alter. Es pisst wirklich ein bisschen an. Aber es ist realistisch. Ja, aber manchmal scheiße ich auf Realismus. Thomas, wo gehst du denn hin? Ich schau mir den Turm da links noch an. Das ist die Mauer, da kannst du mal vorbeidüsen. Jo, da renn wir schnell hin. Da kauen wir dann gleich mal eine Kartoffel in den Fressen noch rein. Oh ja. Da kommt schon der Zombie an. Der hat mich schon gesehen. Ich glaub's nicht. Ja, der hat Augen, aber kein Hirn. Lala. Zack. 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 Zombie-Tot. Ich glaub, ich mach mir dann ein Boot für hier. Ein Boot für Brot. Tu das, brauche mir eins mit. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die Emeralds bekomme, weil ich nicht will, dass dieser Nekromant abhaut. Dann kann ich mir nämlich dieses Teil craften. Äh, nicht craften, sondern kaufen. Das ist nämlich viel besser als das zu craften, weil zu craften kostet viel zu viel. Und, oh nein. Oh, der ist tot. Gut. So, dieses Turm ist ja, äh, dieses Turm. Dieser Turm ist ja unser Lager. So. Und da müsste er noch drin sein. Hey. Äh. Wille? Nein! Da sind keine Emeralds drin. Ficky-Ficky-Nabaisaki. Ich lauf jetzt zurück zu unserem Hauptdorf nach Valoran. What was this? Was? Ultra-Lag-Step. Oh, brauchst du noch ein Emerald? Ja. Oh, der ist sehr teuer. Ja, einen hab ich. Ja, ich brauch noch zwei. Ich hab nämlich drei. Ja, den kann ich dir geben. Du hast zwei. Ich kann einen kaufen. Für 16, äh, Kohle. Machst? Wie viel kannst du kaufen? Ja, einen für 16 Kohle und einen hab ich noch auf der Tasche. Das heißt, ich brauch jetzt noch einen. Ich hab zwei Stück für dich. Gut. Und ich brauch jetzt noch einen mit deinen zwei. Ich guck mal, ob ich bei den Villagern hier auch handeln kann. Du brauchst noch einen? Ja. Dann hab ich aber keine, äh, keine Kohle mehr. Das ist so egal. Dann hab ich jetzt drei für dich. Ja, nice. Dann müssen wir nicht ganz zurücklaufen. Jetzt sind wir zwar umsonst zurückgelaufen, aber egal. Dann kann ich nämlich das Zeug jetzt in die Kiste machen, was ich gerade... Oh, hier ist noch ein Necromant fürs Necronomicon. Der will ein Buch und sechs Emeralds. Ja, nice. Gut, dann müssen wir nicht zurücklaufen. Ich lag mal kurz hier die ganzen Tier-Sachen. Oha, Thomas, du bist Gott. Ich nenne ihn Herbert. Er heißt Roland. Roland, komm, wir gehen jetzt. Roland will nicht. Komm mal, Roland, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Komm mal mit, Roland, in meinen Van. Dann zeig ich dir meine Pudding-Schnecke. Wenn du da drauf drückst, kommt da Pudding raus. Sag mir, wo der Necromant ist. Ja. Wo ist er? Hier. Oh, jetzt hast du gerade zwei. Wo? Ja, bei dem ersten Turm. Wo bist du denn? Ach so, bei dem ersten Turm. Das heißt, du bist... Ganz am Anfang. Wo ist bei dir ganz... Du musst nur nach oben kommen. Du bist nicht bei uns im Dorf. Nein. Gut. Ich bin auf dem ersten Turm, der ganz im Norden ist. Jo. Was verkaufst du? Ganz im Norden? Ach so, von der Mauer meinst du? Ja, von der Mauer. Also rechts vom Dorf. Lol. Da war ein Villager? Ja. Jetzt hast du sogar zwei. Aber nur ein Negro. Ja, das ist ja gut. Ich brauch den Negro. Negro, Negro. Stone Armored Tier 1. I am on my way. Oh, es gibt eine Obsidian-Rüstung. Geil. Wir können ja dann so ganz viele Rüstungen sammeln. So ganz, ganz viel. Ja. Und dann geht der Party ab. Stone Armored Tier 3. Wenn ich das... Ist das dann alles? Oder wie ist das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Juhu. Ich bekomme jetzt endlich mein Necromanten-Buch. Endlich. Und du, Zombie, haust ab. Bist hier reingegangen, richtig? Ja, und dann nach oben. Ja. So, schmeiß mir die Emeralds zu. Zack. Boah. Wie geil. Halt. WTF. Ich will doch... Wer gibt mir das Buch? Der rennt weg. Bleib stehen. So, warte. Alter. Der mag das nicht. Ich hab das Buch. Ich hab das Necronomicon. Yay. Lol. Warum kann ich das nicht lesen? Ich kann's nicht lesen. Das Necronomicon. Oh nein. Aber ich kann mir jetzt... Ich kann mir... Scheiße, Mann. Ah. Ich hab's auf jeden Fall. Warte mal. Ich... Guck mal. Ähm. Was ich damit machen kann. Uh. Damit kann ich auf jeden Fall nichts craften. Scheiße. Du bist hier unten. Äh. Mann. Äh. Da muss ich nochmal auf das Kommentar von dem guten Endersplit zurückkommen. Ich hab Ahnung von dem Necronomicon. Der mit dem Necronomicon. Ich... Zuallererst ist ein Necronomicon. Dann ein Holzbrett. Zwei Koppel. Ah, okay. Äh. Okay. Digga. Er hat's mir geschrieben. Hast du, äh, grad Eisen dabei? Eisen, ja. Warum? Gib mal drei, vier oder so. Bitte. Für? Ich will mir ne Schere machen. Für Schafe. Wo bist du? Ich steh... Ich steh hier oben. Direkt neben dir. Stopp. Nach oben. Nicht... Nicht in den Turm rein, sondern hier. Ah. Alter, ich hoppe mal zu dir runter. Hallo. Hier. Danke. So. Stimme können wir rein. Theoretisch Betten immer mit auf die Reise nehmen. Oder? Ja. So, ich werde jetzt zum Necromant. Ich werde mich jetzt dann in den nächsten paar Folgen darum kümmern. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr auf jeden Fall bei Tempster auf dem Kanal. Ähm, müsst ihr einfach in die Beschreibung klicken. Hier und da. Da kommt auf jeden Fall die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao. Oh mein Gott. Was da los? Der Typ hat das Video zu Ende geschaut. Gross. Hat er auch bewertet und kommentiert? Ich glaub nicht. Ist bestimmt so ein Lappen wie alle anderen. So, aber dann hat der Lappen ja gehört, was er machen soll. So, ich glaube nicht. 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 Bis zum nächsten Mal.